Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ja, wir schauen heute wieder am Morgen aus mit dem The Other Rolls Mod Pack. Diesmal seht ihr den Security Guard. Der Security Guard kann mit den Schraubenanzahlen, die ihm gegeben worden sind, mit zwei Schrauben ein Band zumachen und mit einer Schraube eine Kamera installieren. Dadurch kann er natürlich ein bisschen mehr Vision auf bestimmte Dinge geben. Und ihr seht außerdem noch den Jester. Der Jester ist eine Rolle, die rausgebotet werden muss und die sozusagen der Troll ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bye-bye. Das ist so ein Haupt-Kill-Spot. Wollen wir den jetzt mal ziehen. 5, 9, 7. Fee, wo ist dat? Ich dachte schon, ich bin tot. Fee, wo ist dat? Ist an mir irgendwie gefallen, also haben wir den Warlock oder Vampir. Oder du hast den gerade getötet und das ist bad. Das kann nicht sein. Was? Der war denn? Der war denn anders bei der Stelle. Kann ich aber rausnehmen? Ich kann Brot rausnehmen. Äh, Lover? Der, der hat in meinem Anfang kurz reingedippt, als ich mich draufgeschickt hatte. Der stand da, der stand da voll lang. Ich bin ja hinter ihm. Hinter mir? Ich stand hinter D, wo? Ach, schon, okay. Also, dann bin ich damit also raus, weil ich war ganz anders. Wie gesagt, ich bin am Anfang losgelaufen. Tätig ist mir hinterher. Ich bin auf dem Scanner. Feri hat reingedippt. Ist dann gegangen. Genau. Dann habe ich abgebrochen, weil Candrina kam und ich voll dreist. Ich war jetzt auch mit dem Metatub. Haben wir Lover an? Ja. Ja. So 30 Prozent. Und dann war, der war noch da, einer war noch da. Ja. Ich bin reaktiv. Hast du dich auch kurz reingeguckt? Oder war das Bird? Ich habe kurz, also Bird hat kurz reingeguckt. Ich auch. Dann waren wir kurz reingeguckt. Ich habe nicht reingeguckt. Waren wir da zu viele oder bin ich gegangen? Also, das heißt, ihr seid alles Hass außer mir. Cool. Und Brot auch nicht. Ich kann mich rausnehmen. Ja. Ja, aber Ferdi, für dich ist keiner accounted for, oder nicht? Für Viper und Wolloff. Du warst reingedippt. Viper und Wolloff. Ne, ja. Viper und Wolloff. Okay. Vampir meinst du? Okay, ich gebe es zu. Ich war es. Wie kann ich eigentlich Ultra rausnehmen? Indem du mich votest. Okay. Nein, tu es nicht. Da mache ich mit. Hört auf. Okay. Wir haben jetzt alle für dich gebotet. Uff. Uff. Einfach nur Uff. Auch kein Chester. Hm. Kein Chester Win. Seben. 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 Ja. Bäh. Drei, zwei, eins, null. Oh. Ah, komm, loskommen. Erstmal. Drei, zwei, eins, null. 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 Drei, wo bist du jetzt aktuell? Balcony. Und davor warst du? Äh, oben bei Admin, da hat mich Ultra, glaube ich, war es, oder Birdie, einer von beiden, gesehen. Auf jeden Fall, da war ich am Rumbuseln. Ne, ich wollte dich nicht sehen, das hat Birdie dann gemacht. Okay. Ja, wie gesagt, der liegt am Admin, ich glaube, das ist ein Badreport. Kann ich zu 100% sagen, dass das nicht stimmt. Ey, ruhig, 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 ruhig. Wieso kannst du das zu 100% sagen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja nicht nur so total dick sicher. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Boah, Zeit zum Guessen. Birdie? Äh, Spät Guesser. Ähm, der liegt bei Locker Room. Musst ihr eben gucken, wie das Ding da heißt, da unten. Warum Locker Room? Am Eingang, also unten links auf dem Vent, bei Eingang zu Lycon. Ihr seid aber die ganze Zeit miteinander hin gelaufen. Ne, nicht die ganze Zeit. Zwei, drei Sekunden nicht, oder? Also, wir haben keine Infos. Ich glaube irgendwie immer noch, dass es fertig ist. Nein, nein, nein. Ich bin's nicht. Aha. Nein, nein. Ich glaube, wir haben ein Jackal. Na boah, zwei Killer können nicht sein. Mit zwei Killer geht's zu langsam. M-M-Taktik. Ja, wir könnten es nehmen. Ich brauche noch zwei Task. Dann wissen wir, wer im Poste ist. Oder wir sind tot. Nein. 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 Was soll das? Nein. 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 Zwei, nein. M-M-Taktik. M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ist das da nicht? Nein. Nein. Das war's. 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 ich stand ich stand mit kira unten im balcony dann bin ich in den wend gesprungen raus rein raus rein dann bin ich rauf ihre ist um den admin table herumgelaufen dann du bist auch eingewendet oder ich bin nicht gewendet ich hab dich auf jeden fall noch an der leite da weg laufen sind ja ich ja du bist nach oben gelaufen gewendet ja ich könnte euch erinnern wir hatten ein angie fix wenn ich jetzt gegessen für mich kannst du nur ferdi und sandrina sein und du warst jetzt schon ein paar mal ja von mir auch von meiner sicht ausgesehen aber wenn du dir so hundertprozentig bist kann ich kann trina sein theoretisch er keine ahnung also kathina ich bin angie würde ich bin angie die die entscheidung du bist nicht ich muss ich muss nur unaccounted vor sein oder die von mir weg ich will es nicht keiner sieht mich so wieso bin ich eigentlich sonst immer unaccounted vor und diesmal ja pfff ich habe Spaß Apoko Apoko die balken ziehen an mir vorbei und über mich hinweg und die sonne und der mond gehen auf und unter und ziehen über mich weg warum bist du hier ferdi wieso wieso ich fühlte mich ein paar die von mir kochen und die sonne und der mond ziehen über mich aus hier hinweg wo hier ist gut hier kann ich raus gucken keiner wird mich hier finden die kann links an der kabeltas ja da habe ich ihn liegen sehen dann habe ich die anderen müssen wir nicht irgendwann weg nein ich habe eine wichtige rolle wer hat sich gegenseitig gesehen ich habe ultra oben gesehen in office hat mir zugeschaut dass ich den download richtig macht ja du sagst so komisch aus als ob du drogen nehmen würdest dein augen also ich habe euch oben im gewächshaus und office bei admin das letzte mal gesehen dann bin ich rüber kaffee terrier gewendet will ich immer okay fall zum laufen also im med belegt keiner das sind wieder kaffee terrier labora und kaffee terrier habe ich es kein gesinnt ich habe die gießkanne geholt war beim schießen draußen müssen wir andere sachen suchen also egal wo wir sind jedes mal kommen die fucking austrieren der besucht dann immer die platze aus ja ich weiß nicht wen wir voten sollen wir müssen auf jeden fall worten ich habe die gießkanne vorher schon geholt also kann die story von port nicht stimmen ja wieso es können mehr als eine personen gießgarten da du gesehen dass ich die zugeguckt habe das obwohl ich war ja ich wollte mich selber wer auch immer mich gewartet hat ich finde ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017